Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Augenringe bis zu den Brustwarzen. Das liegt daran, dass wir gestern das Turnier gemacht haben. Das erste Black Up 6 Kick-Off-Turnier. Und wir wollen jetzt aber erstmal ganz entspannt hier den Tag starten und eine Zwischenreaction machen, bevor wir hier in den gottverdammten Camo-Grind gehen. Und ich weiß, hat wieder jeder gesehen, Dinkel Fellauf hat sich mitbekommen. Aber ich will trotzdem mir das mal anschauen, denn ja, ihr hört es jetzt schon, man hat jetzt wohl irgendwie durch die Map Lowtown eine Möglichkeit, im Spectator-Modus Teile, ungerenderte Teile der neuen Wozom-Map zu sehen. Und das schaue ich mir jetzt mal an und ich freue mich drauf. Originalvideo ist verlinkt unten in der Videobeschreibung, wenn ihr keinen Bock habt, mir ja meinen Gelaber zu hören. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Leute, das machen wir jetzt einfach mal als Test. Ich habe gehört, es soll man machen als Conte Creator. Einfach mal testen, wie viele Likes kriegt man auf so eine klassische Reaction. Viele vergessen das immer wieder, Likes dazu lassen. Ich habe jetzt Just Nero-Video gesehen. Ja, gibt jetzt wieder eine Meta in Meta. Und zwar mal testen, wie viele Likes so die Community schafft. Einfach mal machen. Mal machen. Was soll ich sagen? Wurde schon in der ersten Beta geleakt. Ich bin wieder der letzte Chat. Aber man muss ja auch dazu sagen, erstens, wir sind gerade wieder im Livestream. Könnt gerne vorbeischauen, wenn ihr vorbeischauen wollt. Aber man darf auch nicht vergessen, die Zeiten des Deezer King Filz, aka Fieser Dinkel, sind vorbei. Wo er News, die heißen News, als erstes hochlädt, weil das ist nicht mehr der Content, mit dem er sich identifiziert. Okay, was sagen wir? Erster Eindruck. Also man darf halt nicht vergessen, es ist alles umgerendert und so. Ich weiß nicht, wer von euch Fortnite gespielt hat. Ich denke sofort an Fortnite bei diesem Punkt hier. Erinnert ihr euch an Fortnite, als die Map unten so einen Wüstenabschnitt bekommen hat und da so ein Hochhaus war, wo man gelandet ist? Schauen wir mal. Avalon? Okay. Ich sag euch auch ehrlich, Verdans wurde ja schon delayed und so. Ich sag euch, ich sag euch wirklich, wirklich ehrlich, dass Verdans zurückkommt, glaube ich, erst, wenn ich sehe. Das glaube ich wirklich erst, wenn ich sehe. Genauso wie Ranked in Battle Royale. So, jetzt habe ich es gesagt. Bubi, danke für 20 Minuten für Prime. Dankeschön. Wie geht's hier? In Avalon. Also man darf wirklich nicht vergessen, ne? Also nicht, dass die ersten Leute jetzt schon sauer werden. Das ist ja gar nichts los. Das ist halt auch nicht die, also das ist halt nicht die finale Version, ne? Das ist halt, äh, es ist halt, durch ein Glitch kann man sich, äh, den Umriss der Map angucken. Aber das ist noch nicht final. Aber, nein, 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 nein. Nein, Avalon spielt nicht in Frankreich, oder? Ja, okay, chat. Die neue Wozeln-Map wird boykottiert. Es reicht. Wir werden schrittweise entmündigt. Hey, 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 Großer. Chill mal ein bisschen. Lass mal ein bisschen, lass mal ein bisschen wirken, den Hasen hier. Okay, Kolosseum-mäßig. Ähm, ja. Mit einer Bühne? Ja, okay, also so, hört sich, ich muss jetzt ehrlich sagen, also so erster, erster Gedanke, sieht nach einem toten Spot aus. So, ähm, so wie dann irgendwann Stadium war, als es so offen war und flach in Verdans 84 wurde, da war auch nichts mehr los. Das erinnert mich, ja, er sagt PUBG, aber ich würde sagen, viel mehr, äh, Black Ops, oder? Also, äh, Black Outs. Das sieht sehr nach einer Black Outs-Map aus, was mir gefällt, muss ich sagen. Chat, heute kommt mal ein neuer Controller. Wer von euch hat Black Outs gespielt, Chat? Ja, das kennt man schon, das kennt man schon, ja. Chris, danke für den vierten. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wir haben ja auch wieder ein paar Höhenmeter, sag ich mal. Boah, ich erinnere mich noch, genau das gleiche habe ich damals auf Almasa gemacht, bin auch so durch die Gegend. Okay, so eine Miene einfach. Aber wieder, äh, eine Ruine, wie das aussieht. Also, wird mir jetzt ein bisschen, ein bisschen viel mit Ruinen gearbeitet. Okay. So ein großes Haus, okay. Wieder eine Ruine. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber vielleicht, vielleicht ändert sich das noch, oder, äh, das wird noch, wird noch weiter erklärt, aber bisher wird mir da mit zu vielen Ruinen gearbeitet. Also, irgendwie so, so tote Spots. Das ist die neue Warzone-Map, die wohl kommen wird. Das ruiniert alles. Boah, 150, bitte, bitte. Das erinnert sehr, wie, wie, wie war das auf einmal, Sarah? Wie hieß denn der Spot da ganz hinten, wo die, äh, Blackside auch war? Äh, wo, äh, genau an der Stelle, hinter der Blackside, hat sich Manu qualifiziert, äh, für, 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 Virtues of Warzone zusammen mit Maven und mit, ähm, Dings, mit Typhoon. Wie hießen, wie hießen die Map auf einmal, ganz hinten am Wasser, ganz oben. Oder war es oben? So sieht es aus, das, das, das Dorf da hinten. Erinnert mich an Fortune's Keep. Ja, checke den Call. Aber ich meine, auf einem Masra, den Hasen hier. Äh. Wo waren das? Ein Masra City, mein Gott. Airport, dann, ja, dann meine ich, glaube ich, Said City, oder? Kann das sein? Ne, dann ist man darüber gegangen. Serif Bay, Serif Bay, so, jetzt haben wir es. Sorry, war mir jetzt wichtig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich sehe jetzt nicht so viel Wasser, es sind Flussdurchsinnisse, oder? So, bei den meisten, mittlerweile. Oh, das ist eine Skaterbahn, oder? Ja, ich glaube es war über auf den Norden, auf dem Map, aus dem Wasser. More little Power Plant, Oil Refinery type of things happening in hier. This ist kind of, I imagine, going to be the slower playing side of the Map, where if you want it to be a little bit more chill, you want to pick up a Sniper, post up a little bit, I think this is kind of the vibe as we move through here. This Map is massive, but we're going to be flying through it pretty quick. But once again, timestamp down below if you recognize any of these EIs as Maps in Sniper. Okay. Ja. Okay, okay. Moin Henrik. Boah, hier, diese ganzen, diese ganzen Felsen immer mit einem Dolphendive runter und feilt schon auf. Head over to this sort of Seaport area. Gleich Skaterpark. It is a lot of water. It is a lot of water. We'll have to see. Hopefully they balance that part out well. Or at least maybe allow us to shoot our guns like regular SMGs and ARs inside of water instead of just pistols. But hey, a guy can dream. Moving across. We've got the bridge. We used a wingsuit off of bridges inside of Blackout. Flying up here. There isn't a bunch of verticality, right? Du meinst, es Hydroelectric, wo es nicht mal eine Qualität auf dem Dach von dem kleinen Haus am Ende der großen Brücke. Echt? Hydro? Highground. And it honestly looks like this might be the highest point on the entire map. Guck mal, da ist schon eine Sipp. Unless maybe we'll go adventure off into those mountains, but I'm pretty sure that's outside of the map. This could be the highest point in the entire map. Okay. Okay. Okay, ja. Ich check jetzt, was er mit Wasser, meint er. Hier ist natürlich auch viel Wasser. Ähm. Hm. Also für mich persönlich, ich weiß, es ist immer die Frage, was so eine gute Warzone-Map für einen ausmacht. Aber, ich finde immer, es ist halt immer wichtig, dass man einen krassen POI hat am Anfang und man immer weiß, wo Gegner sind ungefähr. That's not bad, considering how we've had like Caldera Peak, All Mazra downtown, ähm, All Mazra Peak as well. So hopefully, das Grüne mit den Bäumen find ich ganz geil, weil das erinnert wirklich sehr an Blackouts. Find ich ganz cool. Having all of these wooded areas, because with how dense these trees are, I, I really worry about things like Verdance trying to cross through open fields. But if you have some dense, dense tree lines to work through, I think it's gonna play really well. Real quick, before we explore the rest of the map, I want to thank the sponsor, who helps make videos like this possible. Today, it's Price Picks. America's number one daily fantasy sports episode. Okay, ist für Amerika, sonst würde ich ihm natürlich Hack gönnen Chat, ne? multiple helicopter sponsors for more than a 48-yard and then Jordan Mason for the rest of the map. I want to thank the sponsor who helps make videos like this possible. Today, it's Price Picks, America's number one daily fantasy sports app with over 5 million users. And you guys know, you can build lineups on e-sports like Valorant, Call of Duty League, Counter-Strike, and more. But of course, you're gonna have the classics like the MLB World Series we've got going on and of course, Sunday Night Football. Tonight, we have the Cowboys taking on the 49ers and I have CD-Lamb for more is that stupid? A nice little sniper tower up here and then as we move forward kind of more of like I play the 49ers gegen die Cowboys old school you know, rural vibe we got like an older bridge here that's kind of it's going to sehr in die Blackout-Richtung, was ich gut finde. And then now we'll start to move towards a lot more of the modern part of this map. So obviously we've got the village that we worked through earlier more of kind of this ruined vibe and then it starts to get a little bit more modern. some of these repeated assets now we have a liquor store with the same gas station that we saw earlier. Ah, 49ers! Who knows? After all the SBMM and Cheaters that we're inevitably going to run into I might need to make a stop inside of there. Now this area right here kind of reminds me of the construction area from the OG Blackout-Map and I think it's going to be a lot of fun. That's the new Warza-Map ungerendert noch nicht fertig und so aber es gibt so eine Möglichkeit durch die Map Lowtown in Blackout-Sexy a new Warza-Map zu sehen. Ja, ist krass wie sehr mich das an Fortnite erinnert an dieses große Haus. Da ist doch schon eine Map da unten bei dem Haus Skyline oben drauf ist man doch schon Oh ja, stimmt! Das ist ja verrückt Hä? Das aber er hat's auch nicht verstanden, oder? Mir ist es auch gar nicht aufgefallen Das ist Skyline True Wer dance kommt auch naja Das Video ist bei Iceman Isaac Boah, ich weiß nicht, also ich bin nicht unabgeneigt was die Map angeht weil ich finde halt ich mag dieses grüne eher ich fand Blackout eigentlich auch ganz cool habe ich auch auf dem Kanal hier damals gestreamt vor 10 Zuschauern geht sehr in die Richtung Blackout war wirklich geil Das ist verrückt Das finde ich halt wieder geil ne so viele Maps aus Multiplayer in Blackouts Crazy Shaddox Danke für 2 Jahre Tier 2 mein Besser Dankeschön Yeah Chris Danke für den Vierten und Bubi Danke für 20 Weasel 22 Monate Ganz krank Dankeschön Also sie ist wirklich groß Die müssten 150 Spiele schon mal machen auf jeden Fall Hey 32 Monate Dankeschön Ganz ganz geile Nummer Viel Liebe Ja finde ich auch Also zu sagen sie ist sehr 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 viel also viel farblicher Kontrast ist krass also irgendwie Warte nochmal was er sagt Ja Ja Same Ja Die neue Resurgence Map die die raus bringen Area 99 was wir gespielt haben genau also ich bin 100% aus seiner Seite was er sagt Also das war wirklich das war nix Oh ja schon Hä es sieht aus wie Wondel einfach oder von oben ein bisschen Ja okay Imagine 200 Leute zu chat Peiji Vielen Dank für 30 Monate zu bekommen zurück Dankeschön Viel Liebe Da war er noch noch nicht oder hier oben LoL No way Okay das sieht sehr geil aus aber ich sag euch ehrlich sowas bräuchte ich in der Mitte der Map wirklich in der Mitte Aber da sind wir wieder relativ weit außen ich hab jetzt noch keinen Spot in der Mitte gesehen Digga dahinten gehst ja noch weiter what the fuck Save save es wird immer es gibt immer einen Zug bei sowas und jetzt ich sag euch jetzt direkt jetzt kommt eine komplett tote Area kann sein dass ich mich jetzt hier selber knalle aber die Area die wir jetzt sehen werden hier ist komplett tot jetzt schon weil die komplett mit riesigen mengen an wasern umgeben ist und zwar das hier ja tot komplett tot hier jetzt alles ja loslassen 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 das hier niemand jemals wird da irgendwas machen das ist das ist so ein Ende ich schwöre Sieht komplett shit aus, finde ich gar nicht Also muss ich wirklich sagen, es sieht gar nicht shit aus Ich weiß gar nicht, ob es noch so Eiz-Videos gibt Von Blackout Walkthroughs Blackout Map Walkthrough Das hat auch, also Blackout hat auch Sehr gut funktioniert, finde ich Blackout Part 1 von 2 Minecraft, Blackout Map Guides, Zombie, Graveyards Also es geht sehr in diese Richtung Und das fand ich halt auch sehr geil Da bist du mit dem Auto rumgefahren und so Blackout Map Fand ich persönlich sehr, sehr cool Da sah halt alles so in diese Richtung aus Das ist jetzt halt Zombie Ist jetzt nicht genau die Map, aber Ich fand Blackout sehr cool Das kommt wahrscheinlich nach Weiterns, I guess Red Carpet oder so, ne? Heißt die Map Hat er auch nicht gecheckt Digga hat der Blackout Er hat sogar Ich hab's falsch gesagt Er hat's richtig gesagt Schnauze Red Carpet Wie komm ich auf Teppich? Genau hier, ja, genau Und hier geht's dann so runter Dann nach hier Und hier kommst du wieder raus Und da hinten ist relativ viel Da ist Keine geile Map Hier ist Cool, das ist die Map, oder? Du gehst hier, da ist ein Bombsite In durch hier Und dann, yep Da sind diese Lanes On die outside So, das ist die Red Card Map Ich bin froh, dass sie nicht In eine High-Res Asset Aber wahrscheinlich Wenn ich in die Red Card In Multiplayer Und dann in die Spectator Es würde mich in der In High-Res In High-Res Moving durch hier More of like The Mansions Estates Kind of the Black Ops 4 Vibes That especially We would get a lot of Inside of Blackout Boah, die sehen schon geil aus Ne, mit Pool und so Mit Pool hast du mich eh immer Da habe ich dir nach alles Irgendwer, das ist wild Warum, also viele schreiben Caldera-Vibes Habe ich persönlich gar nicht Caldera war, also Das ist halt Also ich sehe gar nicht Ich sehe es überhaupt nicht Wie Caldera Caldera war so Hawaii irgendwie Ganz viele Palme und so Und das sieht jetzt halt So nach Europa aus Weil es halt auch Frankreich ist Lul Tschüss, erst so schnell Ich finde es auch cool Okay, ich glaube wir sind Wir sind jetzt einmal durch Ich weiß jetzt nicht Was er die restliche Zeit Norm hat Er wird jetzt ein bisschen Rumfliegen Könnt ihr euch dann gerne Selber reinziehen Ich fand es auf jeden Fall Sehr, sehr interessant Lasst uns die Wertung Daumen, kostet uns das Abo Und schreibt vor allem In die Kommentare Was ihr über die ersten Infos und Leaks Zur neuen Warsumap Denkt Die dann wahrscheinlich Nach Verdans kommen wird Wir sehen uns Ciao, ciao